FSV Rheinfelden Live-Channel mit Murmert Aslan. Murmert Aslan, heute 3 zu 1 gegen den SV Weil im Derby gewonnen. Was sagst du zum Spiel? Ja, wir haben erste Halbzeit überragend gespielt. Die Weiler kamen gar nicht zum Spiel und die ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit haben wir leider ein bisschen verbrannt und das 2 zu 1 bekommen. Und dank dem Elfmeter von Almin haben wir das Spiel gedreht und wir haben gut gespielt und sind glücklich. Es war heute eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung, also das hat man auch wirklich gesehen. In der letzten Zeit wart ihr eher wegen den Ergebnissen der Kritik. War das jetzt der Wendepunkt, sieben Punkte aus neun Spielen? Ja, wir haben uns mit der Mannschaft zusammengesetzt, weil wir jetzt schlecht angefangen haben und jetzt sind wir ein Team geworden. Am Anfang hatten wir leider einzelne Probleme und jetzt läuft es überragend bei uns und jetzt hoffen wir, dass wir nächste Woche wieder die nächsten drei Punkte einholen und oben mitspielen. Das ist deine erste Saison beim FSV Rheinfeld. Wie gefällt es dir hier und was musstest du zum Einstand zahlen? Mir gefällt es bis jetzt überragend. Die Jungs haben mich super aufgenommen und zum Einstand muss ich noch nichts zahlen, aber das kommt noch. In den nächsten Tagen müssen wir noch was machen. Spätestens zur Weihnachtsfeier. Danke dir für deine Zeit. Danke. Danke.